Wenn wir heute über Gottes Mission nachdenken, dann möchte ich euch einladen, mit auf Gottes Mission zu schauen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist auf eine der größten Weltmissionen der Menschheitsgeschichte gegangen. Der Sohn Gottes ist geboren, haben wir ja vor einigen Wochen gefeiert, Weihnachten. Als König in der Krippe geboren und Jesus hat dann die Rettungsmission für die verlorenen Menschen gestartet auf dieser Erde. Gott startet die Rettungsmission. Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das machen würdet, wenn ich irgendwie so eine große Rettungsmission haben würde, Welt zu retten, dann würde ich wahrscheinlich alle klugen Menschen in dieser Welt versammeln, zu den Politikern in die Paläste gehen, um sie hineinzunehmen. Jesus wird im Stall zu Bethlehem geboren und dann fängt er seine Rettungsmission an, indem er eine Gruppe von Menschen sammelt. Und den Bibeltext lesen wir aus Matthäus 4, 18 bis 20. Von da an begann Jesus zu verkündigen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Als Jesus am See Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze aus waren. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagt zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihnen nach. Gottes Mission fängt am Montagmorgen am Strand von dem See Genezareth an. Jesus geht entlang und sieht schon von Weitem diese Fischer. Ich weiß nicht, ob ihr in solchen warmen Ländern an den Fischern mal vorbeigegangen seht. Die riecht man, bevor man die sieht. Die arbeiten dort, da sind Fische, das ist alles so eine ganz besondere Atmosphäre. Und Jesus sieht die beiden Brüder, Petrus und Andreas, und er spricht sie an dort, da, wo sie gerade am Arbeiten sind. Und in diesem Wort, wo es heißt, Jesus sieht die beiden Fischer dort am Strand, da ist so viel verborgen. Wisst ihr, das ist Gott, der uns sieht. Er sieht Petrus und Andreas und er sieht ihre Herzen, er sieht ihre, ja, vielleicht ihre inneren Wünsche. Petrus, man sagt, wenn man die Ausgrabungen da schaut, scheint ein großer Unternehmer zu sein. Und er hat vielleicht gedacht, was kann man noch mehr machen? Vielleicht ein zweites Boot, vielleicht Leute engagieren, die dann mit für mich fischen. Ich weiß nicht, womit sich Petrus auseinandergesetzt gerade hat. Andreas, die Bibel gibt uns als eher nachdenklichen, vielleicht romantischen Typen. Ich weiß nicht, vielleicht war er verliebt gerade und musste da mit seinem Bruder da diese Fische auseinandernehmen. Ist ja auch nicht so. Jesus sieht die an in ihrem Montagsstress-Situation oder in ihrem Alltag da, wo sie ist. Aber wo es heißt, dass Gott einen ansieht, dann ist es nicht nur gerade die Situation, in der die sich befunden haben, in der ich mich befinde. Nein, Gott sieht uns da an, wo er uns eines Tages haben möchte. Als Jesus Petrus und Andreas sieht, dann sieht er den Fischer dort am Strand, der irgendwann zu 5000 Leuten predigt. Dann sieht er den Andreas an, der die Gemeinde baut, der die Leute einlädt, der die Seele der Gemeinde ist. Dort sieht er das schon am Strand, wo er denen begegnet. Wenn Jesus uns am Montagmorgen bei der Arbeit, in der Firma, beim Bügeln, beim Haushalt, in der Schule, in der Universität, da wo wir Jesus begegnen, begegnet, dann sieht er nicht nur unsere aktuelle Situation an, sondern er sieht, wo er uns haben möchte. Die Bibel beschreibt das sogar als Gott, der einen eigenen Namen dafür hat. Die Hagar, wo die dann in der Wüste ist und dann verlassen ist und dann hilft ihr Gott und sie schreit dann, du bist der Gott, der mich sieht, das ist der Gott El Roy. El Roy ist die Eigenschaft Gottes, der mich sieht. Das ist Gott, der mich sieht, da wo ich bin, wo ich unterwegs bin. Und Gott, der mich bei meinem Namen kennt, er ruft sie mit dem Namen, der in mein Herz sieht, der möchte nicht nur einfach denen alles Gute wünschen beim Arbeiten und sie ermutigen. Nein, der, der mich sieht und kennt und auch mich sieht, wo er mich eines Tages haben möchte, der ruft mich in die Nachfolge. Jesus sagt zu denen, kommt, folgt mir nach. Was passiert, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen? Viele Menschen, weiß nicht, glauben an Jesus, aber ich frage mich, folgen sie Jesus nach? Folge ich Jesus nach? Ein Mann in Thailand, der verirrt dadurch ganz Asien gezogen ist, ist zufällig in ein Gemeindehaus gekommen, sitzt bei mir, neben mir, ich übersetze ihm die Predigt. Und dann guckt er mich an und sagt, Alex, was würde in meinem Leben passieren, wenn ich ab heute anfangen würde, Jesus nachzufolgen? Das ist die Frage auch in meinem Leben. Was würde in meinem Leben passieren, wenn ich anfangen würde, Jesus nachzufolgen? Wisst ihr, in unserem Leben neigen wir Christen oft dazu zu sagen, ja Gott, hilf mir und man hat so, oder wenn man auch mal seine eigenen Gebete betrachtet, Jesus hilft mir, über den Tag zu kommen, meiner Uni und meiner Arbeit und hilft, dass kein Unfall passiert. Und dann hat man das Gefühl immer so, Jesus muss uns nachfolgen, damit wir abends heile irgendwie doch noch nach Hause ankommen. Was ist die Frage der Nachfolge? Folge ich Jesus nach oder muss Jesus mir nachfolgen, damit ich irgendwie heile ankomme? Jesus ruft uns zu seiner Nachfolge. Was bedeutet denn die Nachfolge wirklich? Was bedeutet Jesus nachzufolgen? Ich weiß nicht, welche Bibelferse euch sofort in den Kopf kommen, aber eines der Bibelferse kommt bei mir immer so hoch, da heißt es, Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selber und nehme das Kreuz und folge mir nach. Ihr habt das lehrelang auch als Christ nicht ganz verstanden. Was bedeutet das, Kreuz sich als zu verleugnen, Jesus nachzufolgen? Was bedeutet das? Und in Galater heißt es dort, es ist wahr, die, die zu Jesus Christus gehören, die haben ihr selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen, Galater 5,24. Dort heißt es, was Nachfolge bedeutet, ist dann das Ego, das ich bestimmt meinen Tag oder wofür brauchen wir das Kreuz, was wir täglich mit uns schleppen? Heißt es in Galater 5,24, damit selbstsüchtigen Wünsche und unser Egoismus ans Kreuz genagelt wird. Was hindert uns, in glücklichen Familien zu leben? Was hindert uns damit, gute Beziehungen, Freundschaften zu haben? Ich, mich, meins, mir, ach Herr segne diese vier. Wenn es nur noch um mich herum geht, wenn ich im Vordergrund stehe, wenn es um mich geht, ja, aber ich möchte ja in meiner Ehe glücklich werden und ich brauche ja den Ausflug und ich, ich, ich und dann gibt es Stress, Zoff, sonst etwas. Jesus sagt, wenn du mir nachvollst, dann schlepp das Kreuz mit und sobald das Ich auftaucht, kloppt das an das Kreuz fest, damit du mir nachkommen willst. Er sagt zu den Petrus und Andreas, kommt und folge mir nach. Vielleicht hast du schon den ersten Schritt in deinem Leben gemacht und bist zu Jesus gekommen. Du hast eine Begegnung mit Jesus. Jesus fordert uns rein, ihn nachzufolgen. Ich frage mich oft, was hindert uns von der Nachfolge? Was hindert dich persönlich, Jesus nachzufolgen? Was hindert mich, Jesus nachzufolgen? Wisst ihr, wir Menschen sind oft, wir müssen wissen, wo es hingeht, weil wir weigern uns, irgendwo hinzugehen, wenn wir nicht wissen, es ist bei den Kindern, ja, und was wird da sein und wer ist da auch alles dabei? Wir müssen alles im Vorrang zu wissen, weil sonst, wir führen ja auch viele Missionsreisen durch und die Gruppen sind immer sehr, ja, und was machen wir gleich und was machen wir morgen und wie wird der Einsatz ablaufen und wann kommen die endlich? Wisst ihr, in der Mission darf man die W-Fragen nicht stellen. Wann, wer, wieso, wie lange noch, weshalb? Da muss man einfach dem Leiter der Gruppe vertrauen, um nachzugehen. So Spoiler-Werbung, wenn ihr mal auch Missionseinsatz machen wollt, um zu erleben, um da durchzugehen. Wir wollen oft wissen, wo es lang geht. Und deshalb glaube ich auch ganz tief als Christen, wir folgen Jesus nicht an, weil wir seine Vision und seine Mission nicht verstehen. Und darauf würde ich heute etwas genauer nochmal eingehen. Was ist Gottes Vision für diese Welt und was ergibt sich aus dieser Vision heraus? Also ihr habt hier als Gemeinde eine Vision, Mission Statement, Vision Statement. Ich habe schon jetzt gelesen, Jesus untereinander begegnen. Ich habe nicht gefragt, aber ich weiß nicht, habt ihr eine Vision? Manche Gemeinden erarbeiten ja dann so eine Vision, was ihre Gemeinde ausmacht. Das finde ich total wunderbar, weil dann weiß man, in welche Richtung geht es dahin. Um Jesus nachzufolgen, gibt uns Gott auch die Vision, die er für uns, für seine Nachfolger hat. Und die Vision, können wir eines der Verse lesen in Matthäus 24, 14. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Gott möchte, dass diese rettende Botschaft von Gottes Reich, Gott baut sein Reich hier auf dieser Erde. Und vorher habe ich euch gefragt, seid ihr drin oder nicht? Weiß man, ob man im Gottesreich dabei ist. Gottes Reich wird gebaut, weltweit. Und Gott möchte, dass die ganze Welt, alle Völker es hören. Das ist eine große Vision. Das ist ein Herzensanliegen, dass alle Menschen Gottes Wort und die befreiende, die rettende Botschaft hören. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet, damit sie seine Wahrheit erkennen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist seine übergeordnete große Vision. Alle Völker auf dieser Erde, alle Menschen und alle Völker sollen gerettet werden. Das ist Gottes Vision für diese Erde. Was heißt es dann praktisch für mich? Jede Vision hat dann auch eine Mission. Mission ist die Sicht für etwas, ein Verständnis dafür haben. Und die Mission, das ist der Auftrag, den man dann durchführt. Matthäus 28, 18. Da ging Jesus aber auf seine Jünger zu und sprach. Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie zu befolgen, alles was sich euch aufgetragen haben. Ihr dürft wissen, dass ich bei euch bin bis an das Weltende. Mission ist Gottes Auftrag. Ist es nur speziell für Missionare, für irgendwelche speziellen Leute oder für wen ist dieser Auftrag? Nein, für jeden Nachfolger auf dieser Welt ist dieser Auftrag da. Jesus möchte, dass wir seine Vision verstehen, sein Anliegen unser Anliegen wird und dass wir seine Mission, den Auftrag erfüllen. Und in Apostelgeschichte 1, 8 heißt es, ihr werdet seine Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende dieser Welt. Hier steht nicht, dass wir erst Zeugnis in Lübeck, dann in Espelkamm, dann in Raden, dann in Berlin und dann bis ans Ende der Welt. Hier steht, ihr werdet meine Zeugen sein in Samarien, in Judäa, in Jerusalem. Das steht nicht nacheinander, sondern und. Was bedeutet das? Wie kann ich ein Zeuge sein gleichzeitig in Lübeck und gleichzeitig in Afrika? Das ist Gottes Anspruch hier aus diesem Text, dass wir nicht nacheinander, so habe ich das immer als Kind auch geglaubt. Ja, erstmal muss ich ein Zeugnis in meiner Schule sein. Die Bibel sagt zu der Gemeinde, zu den Christen, ihr werdet ein Zeugnis sein. Für viele für uns ist klar, Gottes Reich wird hier von unserer Tür gebaut, wir als Gemeinde sind ein Licht hier. Aber was können wir tun für Gottes weltweite Mission? Bis hier vor einigen Zeit habe ich dieses Bild bekommen, das ist von unseren Mitarbeitern in Burma, in Nordmianmar, über Thailand liegt es. Da sind so viele Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben. Als ich in Nepal war, sagte mir einer, die meisten Menschen, die da leben, haben keine Chance, das Evangelium zu hören. Weil es gibt nicht genug Christen, es gibt nicht genug Missionare und sie werden ihr Leben leben, ohne ein einziges Mal etwas von Jesus zu hören. Und in der Corona-Zeit erzählten uns die Mitarbeiter, die eigentlich für ein Kinderheim zuständig sind, dass sie tief in die Dörfer rausgefahren sind. Ich bin selber durch diese Dörfer gefahren, man fährt 200, 300 Kilometer, man fragt die Leute, habt ihr irgendwas schon mal von Jesus, von Gott gehört? Keine Vorstellung. Und dann kommen sie in dieses Dorf hinein und da fragen die Leute, also die Dorfbewohner, unsere Mitarbeiter, seid ihr Christen? Die sagen, ja, ihr seid die ersten Christen, die in unser Dorf gekommen sind, weil seit fünf Jahren hören wir christliches Radioprogramm. Das ist auch eine Organisation, die aus Nordthailand Aufnahmen macht in der Sprache der Minorität von den Dörfern und strahlt sie über ganze Gebiete hinaus, ohne zu wissen, wer das sich anhört. Und dieses Dorf hat seit fünf Jahren dieses Radioprogramm gehört und dann sagen die, in euren Predigten sagt ihr, dass man sich taufen lassen kann. Aber wir wissen nicht, wer sich gegenseinander taufen lässt. Könnt ihr uns taufen? Dann haben die diese Bottiche gehabt und haben dann das Dorf getauft. Da waren fast das ganze Dorf, haben sich angestellt, der Schamane, der Zauberer zuerst, die ganzen Verbindungen mit denen, die in den Mächten der Dämonen stehen, als erstes abgeschnitten, um sich zu taufen zu lassen, dort in Burma. Ja, Gott baut seine Gemeinde hier an diesem Ort in Lübeck, aber auch bis ans Ende der Welt. Ich frage immer die Leute, wo ist denn das Ende der Welt? Habe ich mal auch bei den Geschwistern in Burma gefragt. Wo ist denn, die Bibel sagt, das Evangelium wird gepredigt bis ans Ende der Welt. Dann meldet sich einer und sagt, maybe New York. Also vielleicht New York. Also von ihm aus gesehen ist das Ende der Welt New York. Ja, das ist immer so die Ansichtssache, von wo man guckt. Aber das ist Gottes klare Aussage. Gottes Wort wird gepredigt, auch bis ans Ende der Welt. Und Gottes Auftrag ist riesig. Ja, wenn Gott, einer sagte, Gott spielt in meinem Leben keine Rolle. Nein, er ist der Regisseur. Wenn Gott der Regisseur in meinem Leben ist, dann ist meine Frage als Nachfolger von Jesus. Was ist meine Rolle in Gottes großem Auftrag? Gottes Missionsauftrag. Wir haben die Vision, Gott möchte, dass alle Völker von seinem Evangelium hören. Und wir haben die Mission, das ist der Auftrag. Geht hin. Und jetzt wollen wir mit euch gemeinsam mal Gottes Mission genauer anschauen. Wisst ihr, es gibt so viele Rollen in Gottes Mission und die Frage ist, was ist meine Aufgabe? Was ist meine Rolle in Gottes Mission? Ja, wenn wir über Mission reden, dann machen wir uns immer oft Gedanken und denken, ja, das sind die Geher. Wir nennen die als Mission so die Geher. Das sind die, die sich wirklich auf den Weg machen, alles verlassen und dann nach sonst wo als Missionare hingehen und alles machen. Und für viele Christen im Kopf, das ist Gottes Mission. Das ist die, die da hingehen. Aber das ist ja auch. Ich meine, Menschen, die alles verlassen, die auch bereit sind zu opfern, auch ihr Job, ihre Familie. Denn das ist nicht einfach. Aber in Gottes Mission ist das nur eine Rolle von Gottes großer Mission. Ohne die Sender könnten die Geher gar nicht gehen. Sender sind die Gemeinden. Im Imagevideo habt ihr gehört, vielleicht den Satz, im Auftrag christlicher Gemeinden. Mission ist die Aufgabe, nicht für Missionsgesellschaften. Das ist der Auftrag für die Gemeinden, für die Christen. Und die Gemeinden müssen aussortieren und sagen, hey, der hat eine Berufung, wir wollen ihn senden. Damit, wie heißt es, das Wort gepredigt werden, damit die Menschen zum Glauben können, muss das Wort gepredigt werden, heißt es in der Bibel. Damit es gepredigt werden soll, muss jemand hingehen, damit er hingeht, muss er gesendet werden. Klare Aussage aus der Bibel. Wir als Gemeinden haben die Auftrag, auch Missionare in die weltweite Mission zu senden. Und als Sender ist das meine Aufgabe. Einer der wichtigsten Rollen sind die Beter. Gebet ist der starke Motor in Gottes Mission. Ohne Gebet würde gar nichts funktionieren. Wenn wir auf die letzten 15 Jahre unseres Lebens zurückblicken, alles, was wir erlebt, gesehen, erreicht vielleicht haben oder auch gesehen, was Gott an Wundern tut, das geht zurück auf Menschen, die dafür täglich beten. Das geht darin, dass Gemeinden für Gottes Mission beten. Ich habe es bis heute nicht verstanden, Gottes Dimensionen, warum Gebet so wichtig ist. Gebet setzt Energie in Frage. Gebet macht dem Wort Gottes Bahnen bereit. Man kann reden, wie viel man will. Man kann Gutes tun, so viel man will. Wenn Menschen nicht dafür beten, dann ist oft kein Erfolg da. Wisst ihr, wie wichtig Gott Gebet ist? Das habe ich erst vor ein paar Wochen erfahren. Was passiert mit all unseren Gebeten? Wisst ihr das? Wo landen die? Manche sagen, Gebet geht bis zur Decke. Oder wo landen unsere Gebete? Was passiert mit den Gebeten, die wir zu Jesus sprechen? Wisst ihr, was in der Offenbarung steht? Und da ist dann der Sohn des Höchstens und dann sind diese ganzen Priester und Diener, da wird das Bild gezeigt. Und dann schreibt die Offenbarung, dann gibt es dort goldene Schalen, die mit Weihrauch gefüllt sind. Und wisst ihr, was da als Vers darunter steht? Und das sind die Gebete der Heiligen. Da dachte ich, wow, mein Gebet ist nicht einfach nur etwas Reden und Sagen. Das wird als Weihrauch in goldenen Schalen vor dem allerhöchsten König gespeichert und dann liegt es da. Gebet hat so eine Riesendimension, wenn ich für ein Volk, für einen Menschen, für eine Person, für mich, wenn ich Gott anbete. Gebet hat so eine Kraft in unserem Leben. Als Missionare, wir in Thailand waren, war ich dann zum Heimataufenthalt in Deutschland und bin ich in einer Gemeinde und kommt ein älterer Mann auf mich zu nach dem Gottesdienst, legt die Hand auf meine Schulter und sagt, Alex, du kennst mich nicht, aber wir kennen euch. Seit Jahren beten wir jeden Tag für euch. Da war ich bewegt. Das sind Menschen, die ich nicht kenne, aber die täglich dafür beten. Und für mich gibt es keine Unterschiede mittlerweile von Menschen, die gehen oder die beten. Die machen seine Rolle in Gottes Auftrag. Gebet ist das Elementare, was wir tun können. Und das Wunderbare, wir können es von überall hin tun. Und wenn es heißt, ihr werdet meine Zeugen sein, dann kannst du vielleicht ein Zeugnis in Lübecker sein. Aber wenn du für einen unerreichten Volk, für irgendeine Person in Nordburma betest, dann bist du gleichzeitig dort in Gottes Mission tätig, in Gottes weltweiter Mission. Das ist nur ein Teil. Der nächste Teil sind die Finanzverwalter Gottes. Das sind die Geber. Menschen, die eine Berufung haben, für Gottes Mission zuständig zu sein. Die viel oder wenig geben, die aber von Herzen geben. Ich habe Menschen kennengelernt, die sagen, das ist meine Aufgabe. Ich bin dafür zuständig in Gottes Reich, als Finanzverwalter Gottes zu sein. Und ich unterstütze das. Und ich arbeite dafür. Und dafür ist mein Betrieb, meine Firma, dafür ist mein Leben ausgerichtet. Dass ich ein Unterstützer, ein Finanzverwalter Gottes sein kann, damit Menschen, die nichts haben und die vielleicht das Evangelium brauchen und wenn manchmal Menschen auch hungrig sind und nichts zu essen haben, die erstmal vielleicht ernährt werden müssen, bevor sie das Evangelium hören. Oder wo Missionare hinfliegen müssen und die Flüge müssen bezahlt werden. Wo irgendwelche Transporter gekauft werden. Das ist in Gottes Reich eine sehr wichtige Rolle. Dann sind es die Mobilisatoren, so nennen wir die. Mobilisatoren, wer vielleicht von euch von dem Medizinischen kommt, Mobilisator, das sind, wenn jemand einen Unfall gehabt hat und lange im Bett gelegen ist, dann versteifen die Gelenke. Und Mobilisation ist wieder, die müssen die Gelenke gangbar gemacht werden. Wisst ihr, im Reich Gottes gibt es, in der Familie Gottes, im Leib Christi, gibt es ganz viele versteifte Gelenke, die eigentlich gangbar gemacht werden. Und dann sind solche Mobilisatoren wie Gerd, der gerade hier für Evangelisation Werbung macht. Dann sind es Jugendleiter oder andere, die sagen, lass uns auf einen Missionseinsatz gehen. Dann sind es andere in der Gemeinde, die sagen, lass uns eine Missionskonferenz haben und für Missionen beten. Oder sagen, hey, mach mal einen Einsatz und fahr mal hin in irgendein Land und mach du das. Das sind Leute, die Gottes großen Leib in Bewegung bringen. Das sind die, die mitorganisieren. Die Mobilisatoren ist einer der Schlüsselpersonen in Gottes Reich. Wisst ihr, ohne solche Mobilisatoren wären wir nie auf dem Missionsfeld gelandet. Da waren Leute, die uns auch als Familie mobilisiert haben und gesagt haben, da ist die Not, prüft das, ob das nicht euer Auftrag ist, dass wir dort mithelfen. Und das ist eine wichtige Rolle in Gottes großen Visionen. Und der Mobilisator, der dient diesen allen Rollen, den Gehern, den Sendern, den Betern. Dann sagt er, lass uns eine Gebetsnacht machen für Missionen. Lass uns eine Gebetsnacht machen für die verlorenen Menschen hier in Lübeck. Das sind Leute, die die ganze Gemeinde, den Leib Christi in Bewegung setzen, in Bewegung nehmen. Dann gibt es noch eine Rolle, wir nennen die Empfänger, das sind die Gastfreundschaft üben. Wisst ihr, in unserer Welt heutzutage, Mission ist von bis. Wir haben Leute bei uns in der Schule, in der Arbeit, die vielleicht aus den entferntesten Ländern kommen, die hier zum Arbeiten oder hier emigriert sind und Gott arbeitet durch den Heiligen Geist auch an ihnen. Er spricht zu ihnen und vielleicht kannst du durch deine Gastfreundschaft etwas dazu beitragen, dass dieser Mensch zum Glauben kommt. Ich habe den Stamm Khmuk etwas kennengelernt. Das ist ein Stamm, der in Nordthailand ist, in Burma und in China vertreten. Vor einigen Jahrzehnten ist einer aus diesem Stamm, oft ist das so, dass aus solchen Stämmen von den Bürgermeistern oder den Königen oder von den Reichen, die Kinder werden ins Ausland geschickt zum Studieren. Und so wurde auch ein Sohn von so einem Stammesführer nach Kanada zum Studieren geschickt. Und der ist dann in Kanada, in Toronto, in so einer Universität angekommen und er kannte keinen. Er war ein Ausländer und da waren kanadische jugendliche Christen, die haben den eingeladen. Die haben den mit zur Jugendstunde eingeladen. Die haben den zum Essen gehen vielleicht eingeladen, nach Hause eingeladen. Der ist zum Glauben gekommen in Kanada als einer, der aus dem unerreichten Stamm kommt, wo die nicht mal eine Ahnung haben, wer Gott ist, ist in Kanada zum Glauben gekommen, ist dann etwas länger geblieben dort, hat noch Bibelschule in Kanada gemacht, ist zurückgekommen nach Nordthailand und hat dann angefangen, auch Radiomissionen und Radioprogrammen zu machen und Evangelisationen unter dem Gmusstamm. Und jetzt sagt man in Asien, dass ungefähr 80 Prozent des Gmusstammes Christen sind. Wisst ihr, ich frage mich, diese Jugendlichen, die den zum Döneressen eingeladen haben nach der Uni, wussten die, was sie damit beeinflussen? Wussten sie, dass sie damit erreichen, dass 80 Prozent vom Stamm zum Glauben kommt? Wussten die, als sie den eingeladen haben mit zur Gemeinde, als sie vielleicht den Fremden in ihrer Gesellschaft mit integriert haben und mitgenommen haben, dass sie dadurch etwas bewegen? Durch Gastfreundschaft können wir auch in unserem Land, in unseren Familien, in unseren Universitäten arbeiten, Menschen erreichen, die auf der Suche nach Jesus sind. Und oft ist das, dass Menschen, besonders die jetzt in unseren letzten Jahren, Menschen, die unter den Muslimen als Muslime vorher gelebt haben, wo Gott zu ihnen spricht, durch Träume, durch Visionen, die sind auf der Suche. Und vielleicht bist du der Schlüssel in ihrem Leben, wo du denen Jesus zeigen kannst, als einer der Gastfreundschaft in seinem Arbeitsumfeld, da wo man ist, leben. Und vielleicht sagst du, es ist gut und schön, aber ich habe keine Ahnung, wovon der hier vorne redet. Ich habe zwar Missionen gehört, aber ich bin doch sowas von Anfang. Dann lade ich dich ein, auch ein Lernender in Gottes Mission zu sein. Zu sagen, ich möchte Gottes Mission lernen. Ich möchte lernen zu verstehen, wie kann ich Gottes Evangelium verkünden? Wie kann ich Menschen nicht nur einfach sagen, Jesus liebt dich, sondern wie kann ich dem Menschen erklären, was Gott für ihn gemacht hat? Was ist das Lebensvorstellung? Was ist das Weltbild meines Nachbarns, meines Kollegen? Woran glaubt er? Wie kann ich Mission lernen? Dass ich sage, vielleicht ist meine Rolle ein Lernender, vielleicht ist meine Rolle ein Sender, aber vielleicht ist meine Rolle auch ein Geher, einer, den Gott berufen hat. Ich glaube persönlich, Gott hat in unseren Gemeinden sehr viele Menschen berufen, auch zum Gehen. Nur ist es leider, oft finden nicht alle den Weg zu der Berufung da, wo Gott einen haben möchte. Und ich ermutige euch als Gemeinde auch dafür zu beten, dass Gott auch euch zeigt, wer ist auch aus eurer Gemeinde vielleicht jetzt oder in einigen Jahren berufen zu gehen. Vielleicht sagst du, ich kann jetzt zwar nicht viel machen, aber ich motiviere dich dafür zu beten. Jeder kann beten. In der Woche, am Wochenende, für Gottes Mission zu beten. Ich fand das so begeistert, hat mich so erfreut. Ich bin gerade unten bei euch im Gemeindehaus reingegangen und an der Pinnwand hängt, to all nations, Info und Gebetskanal, der QR-Code. Das ist eine geniale Möglichkeit. Da kriegt man einmal die Woche ein Gebetsanliegen und mein Beitrag kann einfach nur dafür sein, dass ich sage, ein Gebetsanliegen kommt rein. Ich bete dafür. Und zu wissen, dass ich damit ein Teil Gottes weltweiter Mission bin. Der Präsident Nixon, als diese große Apollo 11 Mission war, einen Mann zum Mond zu schicken. Das war ja ein riesiger Apparat. Tausende an Menschen haben dort gearbeitet. Millionen an Dollar wurden dafür aufgewertet. Und es gibt eine Geschichte, wo der Präsident Nixon dann zu dem Apollo 11 Programm reinkommt. Und da sind viele Mitarbeiter und da ist einer, der gerade den Boden wäscht. Und er kommt zu ihm hin und sagt, was machen Sie hier? Und er salutiert und sagt dann auf Englisch, Präsident, ich arbeite daran, einen Mann zum Mond zu bringen. Der hat es verstanden. Indem er den Boden sauber hält, da wo die Ingenieure arbeiten, arbeitet er damit, mit einem Mann zum Mond zu bringen. Wir haben Gottes Vision. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Wir haben Gottes Vision. Gott, dass jeder vom Evangelium hört. Und wir dürfen in unserer Nachfolge dürfen wir ein Teil Gottes Mission sein. Jeder Nachfolger hat eine Rolle in Gottes Mission. Und Jesus predigt, denn das Himmelreich, er hat die Botschaft vom Himmelreich gepredigt. Die Frage ist, was können wir bringen? Was ist diese Botschaft vom Himmelreich? Jesus sagt ja mal so ein Beispiel, das Himmelreich gleicht was? Einem Senfkorn. Und für mich ist das oft, das ist das, was wir als Gottes Mission haben können. Habt ihr schon mal so ein Senfkorn gesehen? Es gibt Senfkorn Europäisches, dann gibt es so ein Senfkorn, das in Palästina Israel lebt, das ist noch viel kleiner. Und die, die in Palästina Israel leben, die Senfkörner, die passieren dann, dass sie zu solchen Bäumen werden. Jetzt die Frage an euch hier Kinder, was ist da drinnen in diesem Senfkorn, dass es zu so einem Baum wird? Weil im Text heißt es, Jesus und am Anfang, was heißt das? Jesus verkündige das Reich vom Himmelreich und das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Was ist in diesem Himmelreich, was ist in diesem Senfkorn drinnen, dass da so ein Baum wird, dass da sogar Tiere Schatten drunter finden? Habt ihr eine Idee? Was ist denn da drinnen? Habe ich mir mal das Abitur gemacht hier? Wir haben eine Idee, was da drinnen ist. Information, die DNA, werden die Informationen da reingelegt. Und Gott sprach, Gott sprach, als bei der Erschaffung der Erde sprach er in diese Senfkorn, du Senfkorn, wenn du in die Erde kommst und bedeckst wirst und denkst, alles ist unter, alles ist tot, ich liege unter der Erde und dann kommt Feuchtigkeit und Wärme und Wasser, dann sprieße heraus und werde zu so einem Baum. Wisst ihr, wir als Christen, wir haben das Wort Gottes, wir haben seine Information und Gottes Wort in unserem Leben kann dazu führen, dass wir etwas bewirken können. Oft fühle ich mich im Leben so, als um Senfkorn, was habe ich denn schon in dieser Senfdose auszuwirken? Aber in Gottes Hand, unter Gottes Umständen können wir das tun, was Gott möchte. Gott sieht unser Herz an, er sieht, wo wir sind und es ist seine Kraft und wir haben vorher gelesen und ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist diese Kraft, diese Information, die in diesem Senfkorn sein und ihr werdet, ihr werdet, heißt das Wort, meine Zeugen sein, wenn ihr Jesus nachfolgt, in Lübeck, in Oberlübeck, in Espelkamm, in Berlin, in Kambodscha und bis ans Ende der Welt werden wir seine Zeugen sein. Das ist die Kraft, die meine Vorstellung sprengen kann, meine limitierten Vorstellungen vom Leben. Das ist Gottes Kraft, die vielleicht meine Gebundenheiten sprengen kann, meinen kleinen Glauben sprengen kann. Das ist Gottes Kraft, was mir Hilfe gibt, die richtige Rolle in die Mission zu finden. Das ist Gottes Kraft, die mir hilft, Jesus nachzufolgen. Ich wünsche mir, ich wünsche euch, dass wir Gottes Vision mehr zu unserer Vision machen und dass Gottes Mission ich als Nachfolger auch meine Mission wird. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Herr Jesus, ich möchte dir vom ganzen Herzen danken, dass du unter uns bist. Danke dir, dass wir etwas lernen dürfen von deinem Herz, von deiner Vision und von deiner Mission. Jesus möchte dich bitten, dass du einem jedem von uns hilfst, ja zu dem Zeitabschnitt des Lebens, da wo wir da sind, mutig voranzugehen, da wo deine Rolle für uns ist. Danke, dass du uns siehst, da wo wir sind, du siehst unser Herz an, aber du siehst auch uns da, wo du uns haben möchtest und wir wollen dir vertrauen und wir wollen dich bitten, dass auch auch hier in Lübeck dein Reich kommt, dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Hilf uns, ja, deine himmlische Botschaft hier auch zu verkündigen. Danke dir für die Gemeinde, für einen jeden hier vor Ort und ich möchte dich bitten, dass auch Menschen, die eine Berufung haben, mutige Schritte machen, dass sie dahin gehen, wo du möchtest, dass du Menschen, die als Sender berufen hast, motivierst, noch mehr Menschen auszusenden, dass du Menschen, die du berufen hast, als Geber, noch mehr in deinem Reich tun und somit noch gesegnet werden, dass Menschen, die es nicht verstehen und lernen möchten, dass sie sagen, Herr, hilf mir mit deiner Hilfe, dein Herz zu lernen, deine Mission zu lernen. Danke dir, dass wir dir nachfolgen dürfen und dass du unser König bist und unser Herr. In Jesu Namen beten wir dich an. Amen. Amen.